Die haben eine große. Wie ist die Luft da oben? Besser als oben. Aha. Ja, wie ist das? Was ist das? Das. Wow. Ich glaube, ich gehe in eine Ecke noch am Doppel und kleide mich selbst. Da. Die Ecke schon wieder. Da habe ich ja schon vor dem Drink standen. Ja und? Das ist langweilig. Die machen ein Video von uns, aber ich sage nichts. Das ist aber fies. Ne, das ist anfällig. Der Arme tut Puppen. Wieso? So. Ja, Cut. Schnitt. Reicht schon wieder. Wo ist der Wodka? Ich brauche an Alkohol. 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 Ist das so doof? Hatte ich keiner was zu kriegen, oder? Ich legte es jetzt weg. Kein Alkoholbett runter. Okay. Ja, das wird schon die ganze Zeit. Und ich bin voll schmutzig. Na, ich doch auch. Na komm. Na komm Große. Na komm. Sie ist gerade in der richtigen Höhe. Ja, ist auf. Lass mich nur noch. Gib mal. Ah, YouTube Capture Mode. Danke. Super. Hier ist ja noch kein Hirsch rum. Was? Was? Nein. Nein. Ach, da haben wir nicht. Machen wir jetzt einen medizinischen Abend. Ja. Ich bin gerade wieder in der Fersestellung. Jo. Was meinst du, wie mich das antört? Ja, zeig es mir. Zeig es mir. Zeig es im Fernseher. Sehr schmutzig. Wie bin ich da jemals wieder runter? Komm, bring ich dich jetzt. Bist ja urnetz. Danke. Ja, dich auch, liebe Hase. Ich dich auch meistens. Und weh, du machst das jetzt von hinten. Haji? Lef! Ah, das ist das gute Schlepp. Ah, jetzt ist mein Arschwenz nass. Ja. Ich schläf dich irgendwann schwer. Ich mag meine Wand an. Ja. Super, jetzt sind sie knackig. Mit Bleistift. Ich dachte, du machst das mit Farbe. Nein, das ist wirklich noch schweißig. Du bist groß? Ja. Hast du? Da oben da, ne? Da, ne? Ungefähr, ne? Ah. Ja, wenn du gerade einen Stich machen. Was? So, Parallel. Kannst du das da oben machen? Dein Fernseher kam. Also ungefähr, ungefähr die Breite. So. Ist das so fertig? Sei sie, ich werde Fernseher? Nee, Hase. Er macht jetzt einen Strich da oben. Keine Widerrede. Ja, genau. Er widerspricht. Da oben. Ja. Okay. Geht's? Sie muss ja aus dem Weg gehen. Ungefähr, ungefähr. Boah. Ist dir wirklich nicht besser als ich heute? Geht's? Nee. 90 Stück höher. Ja, genau. Das, alles, das da? Nicht alles heiß, ja? Irgendwann mal raus, ich werde das Gefühl, dass du mich mit dem Fernseher betrachten. Da kannst du reinsteigen, ja? Das ist wurscht, ja? Und ich mach dann das Lumpf. Das kann dann nach dem Feld an. Aber erst mal gucken, ob sie sauber ist. Ja, was? Da, komm, da geht's weiter. Der war's jetzt. Oh Mann. Acht, ich warte noch. Wo? Da. Achso. Genau. Warte. Was magst du da? Lass mich wenigstens teilhaben. Was magst du hier? Mal so. Das andere haben wir auch da, aber das bei Güter. Meint nicht. Mälin wir es? Mal einmal drauf. Mal einmal da, ein Stückchen wir jetzt. Also das ist das geilste Video, ich schwör's dir, ich mach's nicht ernst. Willst du noch immer? Ja, sie schickt noch immer. Braucht ihr nicht. Wenn du mal mit mir ein Porno drehst, die Version ab 16, der Zensurschrift ist ungefähr so lang. Einbürgig ist jetzt auch mit mir. Das stinkt ja. Und die Farbe ist auch so komisch. Ja, die muss ja erfahren, was wir hier getrieben haben während ihrer Abwesenheit, ne? Getrieben? Schalt aus, dann geh mal über zur Überwischenwagel. Ja. 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 Das ist die Musik, Scheiße. Nicht so schnell. Hörst du auf die Faust, gleich vom Kasten. Ich will zum Kasten auch mehr haben, wenn ich auf dem Kasten stehen würde. Zu deiner Beruhigung. Ich treffe aber jetzt nicht. Der Herr der Farben. Du bist Lord Estragon. Und was bin ich? Du bist die Prinzessin Schnippelchen. Und wir sind deine sieben Freien. Ich bin nicht gegen jeden Kind. Danke, dass du mich persönlich bist. Was ist das? Das soll jetzt keine direkte Anspielung auf dich sein. Nein, das ist ja nicht direkt am Flugzeug. Blöd. Das neue Vorzimmer, ne? Ja. 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 Das ist ja nicht so. Ja. Ach, pardon. Jetzt kommt mal ein Auto. Es wird kommen. Und den Cent rein. Es wird kommen. Und den Cent rein. Das ist ja nicht so. Ja, das ist ja nicht so. Komm. Das ist ja nicht so. Vielen Dank.